einiges an spannenden aktien news auch noch über die wir einmal kurz sprechen können und zwar hatten wir etwas bewegung in dem us amerikanischen gesundheitssystem und da haben wir in der letzten woche schon mal darüber gesprochen zum einen in unseren investmentwerkstätten aber zum anderen auch hier market roundup und zwar hat man ja diese schöne seitwärtsphase eigentlich gesehen die jetzt hier seit juni ungefähr 22 existiert hat immer wieder mit leichten schwimmen nach oben und unten aber nicht mit einem geschafften ausbruch bisher außerhalb dieser range das hat man jetzt mit den letzten quartalszahlen geschafft man sieht sehr sehr schön ausbruch auf über 550 dann in der spitze sogar auf 580 us dollar und womit lässt sich das ganze begründen naja es gibt eigentlich mehr kunden es gibt bessere preise die man an die kunde weit und weitergeben kann die geschäftsziele wurden bestätigt und die aktie hat ja eigentlich zehn bis elf prozent in dieser zeit zugelegt was auch alle kennen die in der letzten zeit aktiver hier dabei waren ist das thema roche und roche und das thema abnehmen spritzen ist ein großer punkt man hat zuletzt einen konkurrenten übernommen oder ein kleineres unternehmen übernommen was sich diesem thema abnehmen und abnehmen spritzen gewidmet hat roche wollte es in den eigenen konzernen eingliedern um selber auf den zug aufzuspringen jetzt gibt es die ersten präparate oder daten von präparaten was die auf positive ergebnisse hindeuten und wir wissen ja was das für was das für kurzexklusionen gesorgt hat im ja im bei novo nordis und auch bei ila lilly und wie viel dort produziert wird und dementsprechend hat das auch hier zu einem ausbruch der aktie geführt sind hier von 250 auf 280 ungefähr hoch gesprungen jetzt muss man sagen das ganze hat noch ein bisschen aufwärtspotenzial in der spitze 2022 waren wir mal hier so bei 360 schweizer franken jetzt sind wir wieder auf dem weg nach oben aber dieser abwärtstrend den es hier noch mal gab die gleitenden durchschnitte die wurden jetzt deutlich nach oben durchbrochen und das deutet zumindest auf anhaltend positiveres momentum hin wir gehen zurück und schauen uns noch mal in den usa blackstone an und dem falle ist es ja der größte private equity konzern der welt und auch der hat es geschafft mal aus seiner seitwärtsphase herauszukommen in dem falle haben wir hier so eine relativ schöne untertassenformationen gehabt leichter abfall dann in den letzten wochen jetzt mit den quartalsteilen dann der bruch über das letzte allzeithoch hier auch aus dem juni 2022 ungefähr 136 us dollar war es damals sind wir ja knapp bei 141 142 us dollar und man kann sagen dass das geschäftsmomentum eigentlich gerade bei blackstone auf einem positiven zweig ist man konnte ganz gut scheinbar vermögenswerte liquidieren in einem doch etwas herausfordernden marktumfeld auch das thema kredite konnte man scheinbar ganz gut in den griff bekommen dementsprechend die aktie 7 prozent im plus wir wechseln noch mal das thema in richtung klamotten und kleidung und gucken uns einmal hugo boss an denn hugo boss ist ja immer mal wieder in den nachrichten als eines der größeren deutschen modehäuser und eigentlich auch insbesondere bekannt weil sie momentan wird deutlich präsenter in der medienwelt sind und hat viele influenza an bord geholt man hat die marke eigentlich jünger und breiter aufgestellt hat relativ ambitionierte ziele gesetzt was das künftige wachstum betrifft man hat diese zähle zunächst auch erreicht allerdings muss man sagen er hat die aktie eher im negativer reagiert obwohl die das innermomentum im unternehmen relativ positiv war es ist man eigentlich seit dem ja juni 2023 in so einem abwärtstrend gefangen man sieht hier so eine information die sich gebildet hat und hat öfter mal jetzt kleine schwünge nach unten bekommen hat versucht sich zu stabilisieren es hat nicht so richtig funktioniert sind wir ja auf der 36er linie angekommen nach ja den letzten meldungen des unternehmens jetzt muss man sagen waren die quartalszahlen einfach enttäuschend man hat die prognose gesenkt man hat auch gesagt dass man aktuell nicht so gut klamotten in den volumen und zu den preisen absetzen kann wie gedacht das haben jetzt schon von vielen modehäusern gehört werden zwischendurch mal so eine leichte erholung aber wir haben es bei nike gesehen wir haben es bei hugo boss gesehen wir haben es bei vielen anderen großen konzernen gesehen ja und hugo boss reiht sich da gerade so ein bisschen ein wir gehen dann mal weiter und gucken uns ryanair an das gab es ja letztens also gestern kann man sagen überraschend schlechte quartalszahlen jetzt muss man sagen die flugbranche hat jetzt schon ein paar schlechte quartalszahlen hinter sich oder schwächelnde werden lufthansa zum beispiel in deutschland werden in den usa schon mal delta die auch gesagt haben ticketpreise kann man nicht mehr so gut zu hohen preisen verkaufen und wir haben probleme dass keine flugzeuge geliefert werden und jetzt muss man sagen war es ähnlich bei ryanair der umsatz ist zwar weiter gestiegen aber auch hier ist der gewinn deutlich eingebrochen und das thema waren auch hier die ticketpreise denn man hat auch hier gesagt wir schaffen es einfach nicht mehr zu so hohen preisen unsere tickets zu verkaufen und man hat auch gesagt das ganze soll dass die zweite jahreshälfte so weitergehen also alle die fliegen alle die urlaub machen die freut es natürlich wenn die ticketpreise weiter sinken die airlines freut es in dem falle nicht und man sieht hier ein deutliches gap nach unten also wir sind hier von ungefähr 120 us-dollar runter auf 69 us-dollar relativ deutlicher sprung insbesondere bei ryanair eigentlich immer relativ robust für diese zeiten war weil man so günstige ticketpreise am markt anbietet allerdings hat man auch relativ geringe margen und das hat die aktie jetzt getroffen wir gehen noch mal weiter zu charles schwab eines der größten us broker häuser kann man sagen und da gab es ein paar besonderheiten bei den letzten ergebnissen die waren nämlich eigentlich nicht so schlecht und man kann auch sagen dass sowohl umsatz und gewinn relativ im rahmen war auch wenn es vielleicht teils enttäuscht hat das große thema sind eigentlich hier diese hohen buchverluste die man mitschleppt weil man ja seit längerer zeit jetzt große anderen portfolios hält die man zu niedrigeren zinsen eingekauft hat das heißt es sind gewinne die oder verluste die nicht realisiert sind aber die zu großen teilen im broker halt haus auch liegen und nun möchte man ja das so ein bisschen abmeldern in zukunft und teile dieses portfolios halt abgeben und nicht alles selbst für die kunden halten und managen das führt im zweifel halt zu geringeren gewinnen im umkehrschluss aber gegebenenfalls halt auch dazu dass man nicht mehr so hohe verluste mit sich rumträgt wie gerade das muss man sagen ist es keine besonderheit dass charles schwab so volatil in den ergebnissen ist das haben wir auch in der letzten zeit schon öfter mal gesehen man sieht immer mal wie diese großen schwünge nach oben und unten jetzt gab es eigentlich diese positive w formation die sich hier gebildet hat auch so einen kleinen trend nach oben an der 80er linie abgeprallt jetzt deutlich nach unten auch unter dem gleitenden durchschnitt da kämpft man sich gerade so ein bisschen wieder rüber man ist so ein bisschen in der in dem luftleeren raum es gibt hier so ein paar unterstützungen ungefähr bei der 60er linie ansonsten hat man platz unten bis 47 also auch da einiges an bewegung aber wie gesagt für schwarz schwab gar nicht so unüblich dann gab es auch etwas was muss man sagen auch nicht allzu unüblich ist auch über warte haben wir jetzt schon zig male hier gesprochen kann man sagen war ja oder ist immer noch so eine ziemlich bekannte marke eigentlich was das deutsche konsum umfeld betrifft das muss man ja schon sagen denn warte batterien hat glaube ich schon mal jeder irgendwie zu hause gehabt und deswegen ist es auch so eine aktie wo viele deutsche konsumenten immer gerne daran festhalten weil sie sagen das kann doch gar nicht sein warte ist so eine bekannte marke jetzt muss man aber sagen ging es nach all den schlechten meldungen der letzten wochen monate fast jahre seitdem man dieses hoch mit den batterien für die apple kopfhörer gehabt hat bis apple dann warte als zulieferer ausgetauscht hat seither geht eigentlich nur bergab es gab dann mal ideen über e autos auch da gab es eigentlich nie so wirklich lösungen zu dann gab es die solarmodule oder die solar batterien aber auch die branche ist momentan ja getroffen das heißt weiter bewegt sich so von einer schlechten branche oder einer schlechten entwicklung zur nächsten jetzt gab es ja die nächste bewegung kann man sagen die aktie sieht schon nicht so gut aus auf dieser flughöhe man sieht ja 156 mal in der spitze ist man noch bei zwei euro übrig zugeblieben und wenn ich jetzt mal auf den tageschart gehe dann sieht man diese auswirkungen doch relativ deutlich wir haben dann gestern 80 prozent verloren heute noch mal 40 prozent verloren und es liegt einfach daran dass es halt kurz vor insolvenz ist muss man sagen also eigentlich gibt es einen versuch noch eines radikalen schuldenschnitts man ist noch nicht ganz in der insolvenz man sucht Aktionäre zu finden die vielleicht teil des unternehmens tragen wollen stützen wollen das führt aber oftmals halt dazu dass es dann am ende wirklich zu einer insolvenz kommt oder zu einer sanierung in dem die Aktionäre fast leer ausgehen und nur ein Aktionär große teile der unternehmens ja des unternehmenswertes hält also die aktie ja über dem von der da sieht es nicht gut aus kann man sagen man ist mittlerweile auch nur noch bei einer marktkapitalisierung von 440 millionen was noch relativ hoch ist muss man fast sagen für ein unternehmen was kurz vor der insolvenz gerade steht vielleicht kommt ja noch mal ein positiver sanierungsschnitt man sieht aber halt im langen durchschnitt ging es jedoch sehr rapide bergab und wo es auch mal ein paar besonderheiten gab war crowdstrike und wir haben es in den letzten wochen haben in der letzten woche mitbekommen und ich glaube viele von euch hatten vielleicht auch probleme auf der arbeit wenn sie dort unterwegs war denn jetzt muss man sagen gab es ein fehlerhaftes update bei crowdstrike im system von windows und das bedeutet dass viele pc ist nicht vernünftig gestartet gebootet werden konnten ich will nicht zu technisch werden aber im kern kann man sagen dass es einen globalen ausfall an wichtigen kernpunkten der infrastruktur gab im flugverkehr in krankenhäusern aber auch in den klassischen konzernen und ja das ist so ein bisschen gerade die frage wer ist hauptsächlich schuld im kern kann man sagen kam das ursprünglich fehlerhafte update von crowdstrike die es dann ausgeliefert wurde liegt dann an verschiedenen anderen federquellen ein problem zeigt sich aber so ein bisschen und zwar ist crowdstrike tief verwurzelt in vielen systemen insbesondere in vielen kritischen systemen und ja man hat so man kann halt mit einem fehlerhaften update so ein massiv eine massive störung erzeugen und es gibt natürlich die große frage ja was passiert jetzt im nachhinein man kann man sich die aktien angucken sie hat sich ja in den letzten ja ja eigentlich ein zwei jahren trotzdem noch sehr gut entwickelt sind sie im tief bei ungefähr 80 us dollar gewesen eine spitze knapp bei 400 us dollar es gab jetzt zwei tage in jens bergab ging am freitag und auch gestern die große frage ist jetzt wie bedeutend sind natürlich jetzt die maßnahmen die dort ergriffen werden gibt es schadens ersatz das wird wahrscheinlich eher nicht der fall sein weil die agbs von crowdstrike das mehr oder weniger ausschließen die frage ist gibt es reputationsschäden viele sagen ja es gibt keine schlechte werbung also es zeigt eigentlich nur wie bekannt und wichtig und für viele scheinbar unternehmen auf crowdstrike setzen ist es ein fehler der software von crowdstrike ganz generell kann eigentlich auch nicht sagen denn es war ein update allerdings muss man sagen ist die aktie natürlich auf einem sehr sehr hohen niveau eingepreist also wir sehen dass hier wir haben uns im letzten ja ja verdreife dreieinhalbfach alle die müssen intensiver beim bei unseren aktien webinaren dabei sind wissen das auch und dementsprechend ja gibt es dann doch auch einiges an bewegung in der aktie aktuell eher auf so einem aufwärtstrend mal gucken was dann wirklich in den nächsten wochen so passiert wir springen noch mal schnell durch die letzten ergebnisse und zwar asml und dominos pizza über beide haben wir schon gesprochen asml noch mal getroffen von dem thema handelsbeschränkungen gegenüber china aus den usa also auch so ein bisschen wieder das trump regierungsthema auch natürlich aber auch die beiden regierungen die dort ja so ein bisschen insbesondere in die chinesische richtung doch auch zölle verhängen will dominos pizza die dort gab es auch dann so ein bisschen wie schon erwartet kann man an vielen stellen sagen eigentlich mal etwas enttäuschendere quartalszahlen man bis in die prognosen senkt aber auch hier kommt man natürlich von einem sehr hohen niveau weil die aktie sehr gut gelaufen bis zum nächsten Mal